Was ist die Zukunft für Bad Ibuich? Schreiben oder rufen Sie mich zu diesem Thema an. Meine Kontakte finden Sie auf meiner Homepage www.große-albos.de Oder vielleicht haben Sie Ihr Interesse, gemeinsam im Team Zukunftsmacher mit mir und vielen weiteren Bürgerinnen und Bürgern zusammenzuarbeiten. Auch hier weitere Informationen auf meiner Homepage. Liebe Bad Ibuich, Bürgerinnen und Bürger, gestalten wir zusammen ein lebenswertes und starkes Bad Ibuich. Ihre Meinung zählt, machen Sie mit. Ich freue mich auf Sie. Ihr Daniel Große-Albos. Gerade raus, unabhängig, ortsverbunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.